Die Basis-Applikation besteht ja nicht nur aus der Basis-App und deren Funktionalität, sondern auch aus verschiedenen zusätzlichen Apps, die im Normalfall in einer Standardinstallation auch installiert sind. Diese findet man hier im Verzeichnis Applications auf der Produkt-DVD oder im Verzeichnis der Produkt-DVD. Wenn wir da einen Blick hineinwerfen, dann sehen wir da so zusätzliche Apps wie die PayPal-Integration oder eben Sales & Inventory Forecast etc. Es ist ja eine der Strategien von Microsoft zukünftig auch die Base-App in kleinere oder mehrere Apps aufzuteilen. Soweit sind wir zwar noch nicht, aber damit unsere Standard-Funktionalität vollständig ist, sollten eigentlich auch diese Apps hier installiert sein. So wäre es zumindest in der Demo-Firma in der Kronos AG. In diesem Verzeichnis gibt es eine Besonderheit und zwar das Test-Framework, sieht ein wenig anders aus als alle anderen Verzeichnisse. Es ist also zum Beispiel so, wenn ich PayPal hernehme, dann finde ich hier einen Source-Ordner und in diesem befindet sich die App-Datei. Die wollen wir ja auch publishen. Das funktioniert eigentlich durchgehend, egal wo wir hier hineingehen. Wir sehen auch hier bei AMC Banking Fundamentals ist das genauso. Nicht aber im Verzeichnis des Test-Frameworks. Hier sieht das Ganze ein wenig anders aus. Das Test-Framework möchte ich aber gar nicht installieren. Deswegen nehme ich auch gar keine Rücksicht darauf. Der Grund, warum ich das hier explizit jetzt einfach erwähne, ist, wir werden diese Apps nicht manuell App für App publishen, sondern natürlich ein PowerShell-Skript verwenden, das mehr oder weniger nichts anderes macht, als dieses Verzeichnis zu lesen, nach App-Dateien zu suchen und dann im Source-Verzeichnis diese App-Datei zu finden und zu publishen. Das wird nicht klappen beim Test-Framework. Da werden wir eine Fehlermeldung bekommen. Die stört uns aber nicht, weil ich das eben nicht verwenden möchte, aber ich weise darauf hin, damit man auch die Fehlermeldung, die dann kommt, hier besser verstehen kann. Ja, in meinem vollständigen Skript gibt es diese Zeile dafür natürlich auch schon. Das ist die Zeile 34. Die habe ich hier in eine neue Registerkarte kopiert, so dass man sie besser sehen kann. Erforderlich dafür ist natürlich wieder, dass die Variablen gesetzt sind und dass natürlich die Module, mit denen wir arbeiten wollen, entsprechend vorhanden sind. Ja, hier gibt es jetzt die Fehlermeldung, dass in diesem Fall das Skript NRV WebClient Management nicht ausgeführt werden kann, weil wir müssten Administrator sein. Was bedeutet das? Ich habe hier einen Fehler gemacht, nämlich die PowerShell nicht als Administrator gestartet. Das werden wir jetzt gleich richtigstellen. Dazu werden wir die PowerShell einfach mal beenden und ich werde hier die Umgebung noch mal starten, aber jetzt natürlich als Administrator. So, hier ist sie auch schon. Jetzt können wir mein Skript öffnen. Hier können wir jetzt auch die Variablen setzen und die Module laden. Die Fehlermeldung ist jetzt weg. Und nochmals zu dieser Zeile 34. Die kopiere ich mir hier in eine neue Registerkarte und dann schauen wir uns das Ganze mal hier etwas genauer an. Ja, was passiert? Ich lese zunächst das DVD-Verzeichnis, suche dort nach dem Ordner Applications und liste das Ganze auf. Das Ergebnis dieser Auflistung übergebe ich dann in weiterer Folge an den nächsten PowerShell-Befehl und zwar nimm aus all diesen Verzeichnissen das Unterverzeichnis Applications, suche dort im Source-Ordner nach der App-Datei und übergebe diese App-Datei dann an den Befehl publish-nav-app, um die App zunächst mal bereitzustellen. Das wäre eigentlich so die Grundidee dahinter in der Theorie. Lassen Sie uns das Ganze auch versuchen. Ich klicke hier einfach mal auf Run oder Run Selection. Es ist hier nur eine Zeile und jetzt sucht das System nach diesen App-Dateien und installiert diese auch entsprechend in meiner Datenbank. Ja, eine Fehlermeldung haben wir erhalten. Warum? Das habe ich auch schon erwähnt, weil wir eben dieses Test-Framework haben. Dort gibt es kein Verzeichnis Source, daher kann es auch nicht gefunden werden. Aber das stört mich nicht in meiner Schleife, wenn ich das so nennen darf, denn die Fehlermeldung hat hier keinen Abbruch zur Folge, sondern wir können ganz normal entsprechend weiterarbeiten. In unserem gesamten Ablauf bedeutet es also, wir haben jetzt die Standard-Apps von der Produkt-DVD bereitgestellt. Sie sind weder installiert noch Datenupgrade durchgeführt, aber sie sind mal gepublished, so kann man das nennen, und wir können jetzt hier dann in weiterer Folge die nächsten Schritte durchführen.